Moin ihr Lieben, Tobi hier von den Nerds und ich muss noch etwas nachtragen zum Video von neulich, als ich euch die vereinfachte Bremsprobe in Magdeburg Hauptbahnhof gezeigt habe. Jetzt momentan bin ich gerade in Magdeburg-Buckau in der Entsorgungsanlage und tatsächlich richtig, einige von euch haben angemerkt, dass das nicht das einzige Zischen ist am Zug, das man hört, nämlich ganz genau, wenn wir angekommen sind und den Führerstand abrüsten, dann hört man auch ein Zischen und genau das, das wollte ich euch noch nachreichen und zwar muss man dazu hier drüben an dem Schlüssel den Führerstand abrüsten, dafür haben wir vorher schon alles in die Stellung gebracht, in der wir den Führerstand auch abrüsten dürfen und wenn wir dann dran drehen, dann pustet der Zug ganz ordentlich Luft ab und das klingt dann so auch laut. Also euch eine ruhige Nacht und auf bald. Tschüss!